Servus und Hallo zu einem Spiel und zwar ich habe was geschenkt bekommen Placid Plastic Duck Simulator und wer schenkt mir sowas? Natürlich der Batsch und der war so überaus begeistert von dem Watch Your Plastic Duck Video was ich gebracht habe und da hat er gesagt hey du gibt es ja viel geiles in dem Spiel hier bitte musst spielen mega geil also top quasi und da habe ich gesagt ja dann mache ich das ich habe mir es kurz mal angeschaut und eigentlich um die Steuerung um da rein zu kommen und Einstellungen und so darum steht da fortsetzen aber wir fangen natürlich ein neues Spiel an Controls versuchen wir mal zu merken Tab MEP passt schon irgendwie spielen Wo wollen wir hin? DLC Level ist das vielleicht? Ich weiß es nicht. Wir spielen mal das erste Level Genau hier war DLC habe ich natürlich nicht mitgeschenkt bekommen. Warum auch immer? Schon ein bisschen frech aber egal Placid Plastic Duck Natürlich vielen Dank fürs Spiel DLC brauche ich natürlich nicht. Ich will erstmal das Spiel durchspielen Ich quatsche wieder unglaublich viel Zeug ohne dass was passiert So Die Grafik ist schon mal top ne? Mega cool und so Haben wir Musik? M M war Musik ein und aus Ich glaube mir haben wir Musik Was kann ich hier machen? Rechtsklick ist Kamera fixieren und dann kann ich das Geschenk aufmachen Und dann haben wir hier ein mega geiles Paket bekommen Rechts oben die Ente, da seht ihr immer wie lange das dauert bis die nächste Ente kommt. Ich mache hier mal einen ganz tollen Screenshot fürs Samplein Okay Mal ein bisschen raus Also Grafik ist wirklich top Geht schon Geht schon wirklich, wirklich, wirklich gut Ja Kann ich mit der Gegend irgendwie interagieren Dass wir Oh, ich kann mich da hinsetzen Das ist ja geil Aber sonst kann ich nichts machen, oder? Wie gesagt, ich muss hier nur ein bisschen reinfinden Da steht nur Christbaum rum Oh, es ist kurz vor der zweiten Ente Es wird spannend Es wird mega spannend Und Und Komm Die Spannung ist kaum zu ertragen Ich weiß Ihr seid aufgeregt Bleibt ruhig Wir schaffen wir das Und ein Geschenk Ein Geschenk Oh, coole Ente Panda Ente Gleich wieder Screenshot mal Muss ja sein Und das ist ja auch ein Geschenk Ähm Stopp, wie komme ich zu der Liege hin? Einfach auf die Liege klicken Okay, ihr kennt ja das Spielchen Ich blende die Stoppuhr wieder ein, wenn die angezeigt wird hoffentlich Richtig klasse Musik hier Ich kann da ein bisschen rauszoomen Da kann ich leider nicht zoomen hier an der Position Aber gut Wir haben das ganze Planschbecken im Bild und wir haben den kleinen Pool im Bild Und dann wird es auch schon wieder Zeit für die dritte Ente Der Wahnsinn, wie schnell das geht Was haben wir hier? Military Ente Okay Ich will wieder zurück an meinen Liegestuhl Und wie auch im letzten Video schon Ich bin jetzt leider kurz mal Ganz kurz mal weg Aber ihr habt ja einen Timer unten eingeblendet Bis gleich Bis gleich Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Meteorario. Previsioni del tempo sull'Italia per domani. Al nord è generalmente poco nuvoloso salvo locali aumenti della nuvolosità sull'arco alpino dove non si escludono locali più maschi. Jadu mantar, jadu mantar, jadu mantar. You are going into the future. Buongiorno. Buongiorno. Ehi mamma, stavolta hai fatto un minestrone caso. Buongiorno. 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 Ja, ne? Und da bin ich wieder. Bei... Irgendwas mit Duck heißt das Spiel. Oh, ich habe eine brennende Ente. Okay. Ja, an dieser Stelle nochmal ganz, ganz viel Danke an Betsch für das großartige Spiel. Oh, machen wir noch eine Ente. Das ist wieder Untergang. Okay. So. Was hier hinten in einem kleinen Pool los ist, ne? Wahnsinn. Hier geht es gleich ab da oben. Der Radio nervt so ein bisschen. Wie auch immer. Irgendwann muss jedes Video mal zu Ende sein. Ich weiß, die Spannung ist unerträglich hier. Ich speichere jetzt mal. Natürlich speichern wir. Und dann schauen wir mal die Sammlung an. Was haben wir bis jetzt? Namen haben wir noch gar nicht vergeben. Okay. Okay. Die haben wir alle. Oder? So. Die haben wir alle. Hier. Das ist das DLC. Das ist das DLC. Da haben wir natürlich nichts davon. Ein Special fehlt uns. Drei Enden fehlen uns. Na gut. Vom Special. Die ist okay. Die ist okay. Ich würde trotzdem sagen. Das Spiel haben wir quasi durchgespielt, ne? Die ist cool. Ja. Ja. Vielen Dank fürs Ansehen. Gute Tage. Das war's. Das war das, wie auch immer es heißt. Das Spiel. Ich hab's schon wieder vergessen. Ähm. Danke nochmal am Badge. Servus. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.